Aber gibt es wirklich Zooläden hier? Ja, wie heißt der? Wie? Lutzen? Kutzen. Ich spüre so eine leicht aggressive... Buchstabier mal bitte. Buchstabier mal. Ach, sorry, wollte ich nicht überfordern. Justin, sorry. Äh... Nochmal? Das ist immer noch nicht verstanden. K? Was? Ein Konsonant? K-N? Sag mir mal, ihr müsst mit Wörtern sprechen. Buchstaben, Wörter. Konrad. Nordpol, hab ich doch gesagt. So wie Knoten. Aber mit U. Knoten. Verarscht ihr mich? Wer ist denn hier der Dumme? Genau, Knoten. Mit U. Knoten. Nein, du Depp. Also, Konrad Nordpol. Ute. Knu. T. Z. Knutzen. Knutzen. Das klingt irgendwie wie so ein 13-Jähriger, der das erste Mal ein Date hat. Na? Was machen wir jetzt? Knutzen? Vielen Dank.